Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Mega Man 4 für das NES. Ähm, ja. Wir haben das letzte Mal Pharao Man besiegt und von dem haben wir, glaube ich, so einen Mega-Strahl bekommen, falls man das so nennen kann. Und Pharaonen. Gegen wen könnten die denn was bringen? Vielleicht gegen Skull irgendwie. Könnte ich mir vorstellen. Oder gegen Dust. Ähm. Wir versuchen mal Skull-Man, weil da sind wir auch beim letzten Mal bis zum Ende durchgekommen. Und ich habe total vergessen, wir können unseren Schuss aufladen. Das wäre, glaube ich, um einiges einfacher dann gewesen, den Endboss irgendwie zu besiegen. Aber wir gucken einfach mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Oh. Ja. Wir haben heute übrigens den neunten, ähm. Achso, der. Wir haben heute übrigens den neunten dritten. Um Mitteln nach zehn oder was. War gerade noch einkaufen. Ja. Und sonst habe ich heute eigentlich nichts mehr vor. Oh, eine kleine Energie. Das ist sehr schön. Hat es aber nicht komplett aufgeladen, aber immerhin. Also ich glaube, da fehlt noch eins. Ich denke mal, die werden wir nicht kaputt kriegen, die Viecher. Aber das ist ja auch eine ganz gute... Bacon. Ähm. Ganz gute Art, wie ich den da dran vorbeikomme. Da ist ein... Na komm, mach dich auf. Mach dich SARS. Hm, das möchte ich gerne haben. Das ist zwar nicht viel, aber immerhin, ne. Wollte gerade sagen, war da nicht ein Bacon? Denkt mich doch. Das hat uns jetzt auch sehr viel gebracht, dass ich die Energie eingesammelt habe. Ah, hallo. Bitte Energie. Oder Leben. Ist auch okay. Dankeschön. Wie viele Leben haben wir überhaupt? Drei haben wir jetzt. Okay. Hier unten gab es, glaube ich, Special Sachen. Und oben ging es dann... weiter. Ich kriege es einfach nicht gestesst. Ja, direkt zweimal getroffen. Da ist der Energietrank, okay. Natürlich nichts liegen gelassen. Das ist auch so aufgebaut. Ähm. Dass wir sich einfach hinten alles holen können. Natürlich. Wäääh. Ach Mann, das ist doch scheiße. Das ist richtig scheiße. Ich will doch nur den fucking Energietrank haben. Ener-energie-ener... Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Energie-Tank. So, jetzt noch einmal in der Mitte. Da war doch nur einer, oder? Natürlich nicht. Jetzt haben wir unseren Energie-Schüssel-Madeg. Natürlich kommt hier unten noch einer. Ich mag die nicht. Ich muss ihm weiter hinterherlaufen. Puh, das war knapp. Der wollte sich gerade wieder rumdrehen. Okay. Hat der eigentlich die Tränke mitgenommen? Einen. Ne, hat er nicht mitgespeichert. Das ist natürlich scheiße. Hat er nicht gespeichert. Ich dachte, er wird die eigentlich speichern mit dem Passwort. Naja. Den lassen wir da unten stehen. Macht das eigentlich keinen Sinn, dass ich die aufhebe. Also an sich macht das schon Sinn. Nur wenn ich dann vom Pass abspeicher, ist blöd. Also würde das da schon Sinn machen, dass ich... Oh, dankeschön. Dass ich quasi das Spiel am Stück durchspiele. Oha. Ach, Leute. Mann. Oh, dankeschön. Besser als nichts, ne? Ding. Oh. Lass mich in Ruhe. So, wir rüsten mal direkt. Oder ich versuche den erst so kaputt zu kriegen mit unserem Aufladeschuss. Gibt es da eigentlich so einen Sweetspot? Ich glaube nicht, ne? Also, dass wenn man den quasi auflädt und dann an einer bestimmten Stelle loslässt, dass der dann mega powervoll ist. Aber ich glaube nicht. Also, ich versuche den jetzt erstmal, da wir sowieso nur eine halbe Energie haben. Ein bisschen mehr als eine halbe. Versuche ich den mal mit unserem aufgeladenen Schuss kaputt zu kriegen. Wenn das nicht klappt, machen wir dann in der nächsten Runde mit Pharaoman. Vielleicht funktioniert das, ja. Ach, scheiße. Ach, Mann, dieses... Ich weiß auch nicht, wie ich den kleinen Schüssen ausweichen soll. Der ist... An sich ist der nicht schwer. Nur ich bin zu dumm. So, wir gucken mal. Pharao. Das ist wunderschön. Vielleicht bringt es ja was. Ich werde mir das auf jeden Fall auch aufschreiben, wenn das was bringt. Damit ich dann nachher bei den Grade 8... Oder Grade 6, keine Ahnung. Was ist das denn? Sieht aber anders aus. Wow. Das ist... Ich würde mal sagen... Das ist die falsche Waffe. Okay, dann versuche ich den auf die Art von eben kaputt zu kriegen. Wie viel Leben haben wir denn jetzt noch? Zwei? Eins. Aber das Nullte zählt ja, glaube ich, mit. Dann würde ich... Mal gucken, wie weit ich komme. Vielleicht setze ich den Energietank schon ein. Ich hätte vielleicht schon vorher aufladen sollen, den Schuss. Naja. Ich dachte, der wird nur dreimal schießen. Nee, das war... Das war nix. Versuche ich es jetzt nochmal und wenn ich dann einigermaßen weit komme... Das Aufladen dauert halt so lange von dem Schuss, ne? Dann werde ich den Energietank benutzen. Jetzt habe ich schon wieder nicht aufgeladen. Ah, okay. Ah, okay. Na komm, ich muss sowieso, äh... Das Level dann nochmal neu machen. Dann kriege ich dann nochmal ein Energiedings. Das ist500 gering. Dann kriege ich dann noch was. dann einfach mal ein Dustman? Wir machen mal Dustman. Vielleicht bringt das ja was hier. Sind wir überhaupt bis zum Ende gekommen? War das das nicht mit diesen Schwingärmchen? Ah nein, das war das, wo das runterfällt, ne? Und ich... Ich krieg so viel, ey. Wo ich das nie gerafft hab, dass ich da... ...sich da die Sachen kaputt machen kann. Ich hab einfach nicht genügend... Och, ich hasse das. Ich hasse es. Ich habe nicht genügend... ...nicht Ausdauer, sondern bei dir sowieso nicht. Ich kann nicht lang genug warten. Mir fällt das Wort nicht ein. So, ich möchte mich gerne töten lassen. Ist ja schlimm heute. Wir versuchen das aber jetzt nochmal. Damit ein bisschen mehr... ...von dem, was sich das Wort nicht einfällt. Muss ich nachher nochmal überlegen, wenn wir jetzt hier nicht weiterkommen, bei welchem Gegner wir das letzte Mal bis zum Ende hingekommen sind, nur den Gegner an sich nicht geschafft haben. Ich hasse die Bacons. Scheiße. Okay, dann gehen wir es mal runter. Das nehmen wir natürlich mit. Können wir da eigentlich so ran? Ja, natürlich kommen wir da so runter. Ey, das ist ja nice. Kommt doch bestimmt gleich wie so ein Bacon angefahren. Ah ne, eher hier. Okay, das ging gut. Ja, stimmt ja. Meine Fresse, ey. Komm her, Ficker du. So. 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 Dass die auch nicht mit einem Schuss kaputt gehen, ne? So. 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 making, Oder? Ja. Ah, okay. Hier muss man sich freischießen. Also gut, dass man nicht direkt stirbt.